Als seine Frau kurz vor der Entbindung steht, erfährt ihr Mann, dass sie den Eingriff vielleicht nicht überlebt und macht ein Foto, um ihr Opfer zu würdigen. Aber dann, nur eine Minute später, geschieht etwas wahrhaft Wunderbares. Obwohl sie Zwillinge in sich trug, fühlte sich diese Schwangerschaft für Bridget nicht anders an als die anderen. Sie hatte bereits drei Kinder zu Hause und erinnerte sich genau daran, wie sie sich die letzten Male gefühlt hatte. Sicher, sie war etwas müder, aber es gab nichts, was auf etwas Unnormales hindeutete. Aus diesem Grund hatte sie den Rat des Arztes, einen Kaiserschnitt zu planen, abgelehnt. Sie wollte die volle Erfahrung während der Geburt machen. Als ihre Fruchtblase schließlich platzte und sie von ihrem Mann Chris ins Krankenhaus gebracht wurde, geschah etwas völlig Unerwartetes. Die Ärzte sagten Dinge, die sie nicht verstand. Nicht nur, dass sie Worte benutzten, die sie noch nie zuvor gehört hatte. Auch die brennenden Schmerzen, die sie erlebte, machten ihr Gehirn zu Brei. Sie wusste jedoch, dass es nichts Positives sein konnte, denn sie war sich ziemlich sicher, dass solche Schmerzen nicht normal waren. Sie hatte schon drei Kinder auf natürlichem Weg und ohne PDA zur Welt gebracht, aber diese Momente hatten sich wie ein Spaziergang angefühlt, verglichen mit dem Albtraum, den sie jetzt erlebte. Die Krankenschwestern hatten aufgehört, ihr zu sagen, sie solle pressen und die Ärzte sprachen jetzt mit Chris. Plötzlich stürmte eine verschwommene Gestalt mit einer unbekannten Ausrüstung herein. Bridget spürte einen plötzlichen Druck. Alles verschwamm zu einem Kaleidoskop aus hektischen Bewegungen. Die Stimme des Arztes war jetzt scharf. Wir verlieren sie, Sir. Sie sollten sich vielleicht von ihr verabschieden. Wie sollte er das machen? Bridget war die Liebe seines Lebens und die Mutter seiner Kinder. Er konnte sich nicht einfach verabschieden, während sie sie aufschnitten. Zumindest musste er ihr erklären, warum er dem Notkaiserschnitt zugestimmt hatte, obwohl sie sich eine natürliche Geburt gewünscht hatte. Er musste ihr auch dafür danken, dass sie ihren Körper und ihre Gesundheit geopfert hatte, um zwei weitere Kinder auf die Welt zu bringen. Er musste ihr sagen, dass ihre Babys sie nie vergessen würden. Und er musste ihr sagen, dass er sie liebte. Aber das konnte er nicht in der eine Minute tun, die ihm die Ärzte zugestanden hatten. Also tat er etwas anderes. Er fischte sein Handy aus der Tasche, öffnete die Kamera und machte schnell ein Foto von Bridget. Sie würde es hassen, dachte er. Sie sah total zerzaust und ehrlich gesagt ein bisschen eklig aus, mit dem Blut, das aus ihr herauskam und ihrem verschwollenen Gesicht, das mit Schweiß und Tränen bedeckt war. Aber für ihn war sie die schönste Frau der Welt und hatte noch nie so anmutig und stark ausgesehen. Hier war sie und gab ihr Leben für ihre Zwillinge. Und er war hier und verabschiedete sich mit einem Foto. Die nächste Minute verging wie im Fluge. Die Zeit verzerrte sich, als zwei Ärzte den Bauch seiner Frau öffneten und zwei Kinder herausholten. In diesem Moment bemerkte Chris nicht einmal, dass sie sich stark voneinander unterschieden. Er bemerkte auch nicht, wie die Ärzte sich beeilten, Bridget zuzunähen. Er sah nichts von dem Wunder von Leben und Tod, das sich vor ihm abspielte. Denn seine Augen waren auf das Bild fixiert, das er gerade aufgenommen hatte. Das Sonnenlicht schimmerte durch die Fenster des Operationssaals. Es fing Bridget zerzaustes braunes Haar ein und noch etwas anderes. Direkt über ihrem Kopf bildete ein Kreis aus Licht einen fast perfekten Heiligenschein. Ein Kamerafehler? Ein Trick des Objektivs? Dennoch überkam ihn ein unheimliches Gefühl der Ruhe. Mit zittrigen Fingern untersuchte er das Foto. Der Heiligenschein schien fest zu sein. Und er strahlte eine sanfte Wärme aus. Aber Glaube war nicht sein Stil. Aber verzweifelte Hoffnung flammte auf. Ausgerechnet zu diesem absurden Zeitpunkt erschien eine Ärztin in seinem Blickfeld. Sie war schon die ganze Zeit da gewesen. Und doch sagt Chrissy erst jetzt. Ihr Gesichtsausdruck war schockiert. Aber ihre Worte durchbrachen die erstickende Spannung. Deiner Frau geht es plötzlich besser. Ihr Zustand ist immer noch kritisch, aber in der letzten Minute hat sich ihr Zustand leicht verbessert. Dem Unglauben stand eine verzweifelte Erleichterung gegenüber, die ihn zu überwältigen drohte. Das Wort besser halte in seinem Kopf nach. Es war kein Versprechen, aber es war eine dünne Rettungsleine, an die er sich mit allem, was er hatte, klammerte. Das Foto von Bridget und der unerklärliche Heiligenschein wirkten jetzt wie ein Leuchtturm im Sturm. Es war noch nicht vorbei. Sein Kampf war noch nicht vorbei. Seine Bridget war noch nicht weg. Das Bewusstsein kehrte in Bruchstücken zurück. Zuerst kam der Geruch von Antiseptika. Dann das rhythmische Piepsen der Maschinen. Schließlich war da ein dumpfer Schmerz, der überall und nirgends war. Bridgets Augen flackerten auf. Sie versuchte zu sprechen, aber ihre Kehle räusperte sich. Sie brachte nur ein schwaches Krächzen heraus. Ihre Erinnerungen zersplitterten. Es gab Bruchstücke von furchtbarem Chaos. Dann gab es unbekannte Gesichter und Worte, die sie kaum verstand. Blutungen, Fruchtwasser und Wunder. Manchmal drifteten ihre Gedanken ab. Sie tauchte in fantastische Träume ein, eine schattenhafte Gestalt, die sie in ein blendendes Licht winkte und die Stimmen ihrer Kinder, die in einem riesigen, leeren Raum wiederhalten. Dann kam der Tag, an dem ihre Gesichter mehr als nur eine verschwammene Vision waren. Ihre Berührung war ein Anker, der sie immer wieder in die reale Welt zurückholte, auch wenn ihr Geist wieder zu entgleiten drohte. Eine Krankenschwester erklärte ihr die Tortur mit leisem Mitgefühl. Diesmal verstand Bridget die Worte. Fruchtwasserembolie oder AFE. Das Fruchtwasser in ihrem Bauch war in ihren Blutkreislauf gelangt und hatte einen Herz-Kreislauf-Kollaps verursacht. Mit noch weniger Worten, sie war bei der Geburt ihrer Kinder fast gestorben. Der Notkaiserschnitt hatte die Zwillinge gerettet und das schnelle Handeln der Ärzte hatte ihr Leben in einer einzigen Minute gerettet. Apropos Zwillinge. Als sie die beiden in den Armen halten konnte, waren zwei Tage vergangen, seit sie auf die Welt gekommen waren. Und sie konnten unterschiedlicher nicht sein. Chris erzählte ihr, dass er es nicht einmal bemerkt hatte, als sie aus ihrem Mutterleib gehoben wurden, weil er zu sehr mit ihr beschäftigt war. Aber es war sehr leicht zu erkennen, dass ihre Babys keine eineigen Zwillinge waren. Nicht nur, weil das eine ein Mädchen und das andere ein Junge war, sondern auch, weil eines der beiden weiß und das andere schwarz war. Laut den Ärzten war das ein weiteres Wunder. Normalerweise haben Kinder von gemischten Paaren eine Hautfarbe, die wie eine Mischung aus der Hautfarbe ihrer Eltern aussieht. Zumindest war das bei den ersten drei Kindern von Chris und Bridget der Fall gewesen. Der kleine Junge hatte den dunklen Turr seines Vaters und seine kleine Schwester den hellen Turr ihrer Mutter. Bridget konnte es kaum erwarten, das Krankenhaus zu verlassen und mit den Wunderzwillingen ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. Aber die körperliche Genesung verlief wählend langsam. An manchen Tagen verschlug es ihr den Atem, wenn sie sich nur aufsetzte. Ihr ein so starker Körper war zum Verräter geworden. Aber es gab auch Triumphe, angetrieben von der Liebe, die sie umgab. In den ruhigen Momenten lag der Geruch des Krankenhauses noch in der Luft. Er erinnerte sie eindringlich daran, wie nah sie daran gewesen war, alles zu verlieren. Es gab Augenblicke der Dankbarkeit, die so stark waren, dass sie zitterte. Jede Umarmung ihrer Kinder, jedes Lächeln von Chris fühlte sich wie ein Geschenk an, das sie nicht mehr als selbstverständlich ansah. Doch Chris schien anders zu sein. Er war ruhiger und ein Schatten lauerte in seinen einst hellen Augen. Er lächelte, aber es entstand eine Distanz. Die Nahtoderfahrung hatte sie beide berührt, aber während sie sich ins Leben zurückkämpfte, schien er im Echo des Traumas gefangen zu sein. Sie versuchte ihn zu erreichen, aber er drückte nur beruhigend ihre Hand und wechselte das Thema. Diese wachsende Kluft warf einen dunklen Schatten auf ihre neu entdeckte Freude. Dann fand sie das Bild aus seinem Handy. Sie hatte nach dem ersten Foto von ihr und den Zwillingen gesucht, als sie das vermeintlich letzte Bild sah, auf dem sie atmete. Ihr Atem blieb ihr am Hals stecken, als sie den Heiligenschein bemerkte. Dachtest du, es bedeutet, dass meine Seele schon weg ist, fragte sie Chris an diesem Abend, nachdem die Kinder ins Bett gegangen waren. Vielleicht war das der Grund, warum er jetzt immer so düster aussah. Nein, antwortete er. In diesem Moment wusste ich, dass ein Engel dich beschützt und dass du zu mir zurückkommen würdest. Und das bist du auch. Er hatte noch nie eine so verzehrende Angst erlebt wie die, die er empfunden hatte, als die Ärzte ihm sagten, er solle sich verabschieden. Und obwohl er nie ein abergläubischer Mensch gewesen war, wusste er, dass der Heiligenschein über dem Haar seiner Frau kein Zufall war. Jemand dort oben wollte, dass Bridget lebt und er würde für immer dankbar für dieses Geschenk sein. Was für ein gruseliges Märchen? Hattest du schon einmal eine Vorahnung oder das Gefühl, dass etwas sehr schief oder sehr gut laufen würde? Erzähle uns davon in den Kommentaren. Wir würden uns freuen, davon zu hören. Aber jetzt sind wir erst einmal weg von hier. Wir sehen uns im nächsten Video.